Ohne jetzt ich will kommen zurück zu einer weiteren Wunde Super Monday Night Combat und war game mit dem Dallos, Dallocat, Grants, Heuch und Cook, ähm, wem aufzockt, Nefias und wer dem's Hallo! Hallo! Hallo, Grants! Hast du Grants gesagt? Hast du Grants auch gesagt? Dallocat, Dallocat, Grants, Dallocat, Grants Oh, Krabs ist auch der erste Grants ist halt nur, ich hab da nicht gesehen Oh, Gigi Stack ist heute auch dabei Oh, Juhu, Loco Moco Wo der Affe sich zu Hause rufen Was da ist, ne? So die wichtigsten Sachen in so einem Spiel Ja, können wir spielen Dafür haben sie extra die Fusik Loco Moco Nur deswegen Wo sind die Brüste gewesen? Keine Brüste gesehen Geil, jetzt kann ich wieder springen Ich hab die ab 16-Version Ab 18-Version Ab 12-Version Da kommen schon die ersten, die kriegen erstmal Granaten Ach jetzt ist Dardos, der auch noch gegen mich Hallo! Alter, was machen die vierst? Ein Mav Ah, oh, ho, ho Boah, wer ist der? Oh, Crasse Geil, oder? Auf Mav, auf Mav Erstmal Folge Backstep Marv Balladina, dein Rob Ich wusste nicht, dass der so einen Backstep kann Der war richtig ries Hallo Das wird nur erwischt, aber kommt nichts damit anfangen Das Scham ist noch ganz schön viel Ich schieße den Laden, ich brauche Hilfe Oh Gott Um den Support? Nein, ne? Ja, dem ist noch ruhig, da war schade Jawohl Granz Angeranzt Der D-B ist vor, danke Ab dich Nein Mein Arzt Alter, der stirbt voll schnell, der Assassine, ne? Ja, aber ich hab dich gar nicht bekommen Ah, da hat mich das Hat der da durch den Stich gedodcht Ne, ne, ne Ich war das Ja, ich hab das schon gesehen Oh Gott Ich bin so blöd Was los? Nicht mal danke, hat er gesagt zu Dalu Oh Gott Ich geh da mal Ich geh da mal Wer dem ist, komm her Böses Dalu, böses Dalu Nein Ich seh die, ich seh die Wände, wo man Durch kann und warum nicht Hab Craps denn da? Werden hier so Ninja-Bots beschworen hier Alter, wo ist der denn jetzt? Ich hab voll Craps Ich glaub, er schießt nicht von oben ab Wer könnte das müssen sein? Ich hab Craps immer gegrippen Mit dem Tower Zwei, zwei Leute und Tower Boah Komm ab Das Craps, äh Das Craps, äh Ruckelt das ein bisschen? Ah Ah Alter, mal ab, ey Hol dir, wir nehmen es, hol dir, wir nehmen es Nein, ich schau mir was Nein, in den Rücken Craps, oh lieb Ich hab mir jetzt noch Lephyas hier Ja, ja, voll Da hab ich die Mangel genommen, ey Wo läuft das hier? Hat sich voll meine Wirbelsäule geschnappt hier, das kleine Schwein Hier geholt hier Oh Gott Hinten sind wir noch Grants Muss ich nochmal upgrade Ey, 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 was war das denn Bananen? Ich hab mich voll erschrocken Ich hab mich voll erschrocken Ey, Marvus zocklos, du bist ja auch hier oben Marvus zocklos, Alter Ja, pass aber auf, hier sind noch andere Rorchi will catchen Nee Moment Boah Nein, der Ninja, aua Craps, ey Da kann ich mich heilen, Leute In der Base Ja, boah, Craps auch noch richtig Ja, gut, der Craps ist zu mutig Leute, die sind hier alle oben Also zu mutig, das ist auch nicht schwer Also wenn du nur beim ersten Mal nicht stirbst, ist der tot halt der Assassine Ja Der Assassine ist aber echt geil, Craps Ja, ne, Ben Ja Dann macht Laune Ja Ja Zieh einmal ran, ihr Team Versuch's Wie kann ich denn im Level aufsteigen? Nee Töten und so Monster töten, einfach töten Nein Ja, du hast es gemerkt Du bist da Sagst du was? Was denn? Alter, ich bin blind Ich hatte das an dir gewesen Habe ich dich Ich hab mein Kills Ich hab mein Kills Ich weiß was Ich krieg keine Kills, wie's los hier? Hau nicht ab, Grenz Komm schon Komm schon Komm Oh Du Sack Ja Nefias Na Nefias Oh, der ist fucking Tower hier Leute, mit dem Geld kann ich nichts machen außer die Roboter Genau Genau Und in der Mitte den Annihilator, wenn er kommt Bullseye ist da Hol ihn Bullseye Der ist der Money-Sack Der hat hier ganz viel Cash dabei Oh, ich geh hol ihn, du stehst gut Ja, ich weiß Ne, ne, oh, ich steh gar nicht gut Ich steh gut Und der hat den Juice Der, wenn du den tötest, gibt er so ne Dose Und wenn du ihn trinkst, kannst du Endrange geben Komm, ich steh dran Ich hab den Juice Ich hab den Juice Endrange Ey, soll ich euch die Bots töten? Naja, das ist klar Naja, das ist klar Das sind Geld Komm, ich rufe den Fader in die Lane und so auf Fitter blöd Ich bin immer noch im Juice Oh nein, die Juice Oh Tja, wer dem ist, merkst du nicht Ich bin ja in den Tod gesprungen Jawoll, Dirk Alter Wer dem ist? Hau an Das Monster, ey Nein, nein, nein Nein Wer dem ist Oh, oh Oh, oh Oh, shit Super 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 Geh mal schön weg, ey Ich geh ja schon Ab ist super Nein, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, au Hast du schon weh? Ich helf dir da doch Jo Ich mach die Wiege Ich hab ne Granate Ich crabs das hier Ich über mich hier ein bisschen auf Marvus Ich crabs den Scheiß, das sehe ich nicht mehr Marvus Saktos Ich bin hinter dir Oh, sie holen ihn dir Wir haben beide nichts mehr Oh, wurde ich gecharpt Guck mal, der Affo und dort fette gegen den Assassinen Ey, Granate lebt den Nein Scheiß Oh Gott Aber alle Assists hier Der fetten Kampf, ja Ja Komm, Dados, den machen wir, den machen wir Warte, ich hab noch die hier hoch Ey, was soll das? Komm Stirb doch mal Jaaaa Das Grants Ah, ne, das war okay Stirb doch einfach Haben sie meinen Kills nicht? Oh, shit Zerstört, ey Oh, nein, kommt der jetzt wieder Ah, ja Keine Chance wieder Das mag ich irgendwie nicht Wer bist du denn? Der Fette bin ich Fettes, man Der Fee Piers, was machst du da? Ja Na du schießt von oben, pass auf Ey, kann mich keiner heilen von euch? Nein Geh' wieder runter Wir haben keinen Heit am Team Hey, hey, Leute Ruhige Oh ich mit geblendet Ich moet Hermes Der fucking ninja Ok, hör auf, so weit ist es alle wieder hier Nein, bin ich da Ah, nein, ich werd drauf gehen Wir sind alle drei hier Ich hör'n's, bei dir ist richtig die Kali Leute, ich brauch Hilfe Boah, Caps! W-Wenn kommt Schimedalo, Schimedalo! Ne, ne! Okay, wir one on one müssen aber mit dem Ding nicht kochen müssen. Ne, 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 du musst einfach, wenn du skillen kannst, auf B, skill unten rechts, dass alle deine Fähigkeiten mehr schaden. Oh, dadurch. Dann müssen nicht die Akina... Jetzt geht nicht mehr ab, ich glaub's ja. Ich bin so gespannt. Ich hab mega Spaß gegeben, ja. Pass auf! Well said, Chip! Jetzt mussten wir zu dritt den Assassinen für den Platz. Wie geil, ey! Boah! Zu dritt hier reingeflogen. Oh, die blauen liegen in Führung. Lass den mal! Lass den mal! Oh nein! Was denn? Zu viele! Hab dich, Dadoschka! Ich bin steiglich! Lachsam! Hahahaha! Auf der Crap! Das ist cool! Towers! Towers! Komm, das Herz greifen, Crap! Jetzt greif ich dich aber! Ich weh einiges Silence von irgendeinem Schiff! Ich seh nix mehr, ich seh nix mehr! Was ist denn heute passiert? Alter! Was ist denn jetzt passiert? Was wollen die Hinks machen? Alter, wie weit die blauen in Führung sind, ne? Wollte ich noch mal anleeren! Nein, nein, das ist ja nur gerade, wo die Minions auf der Lane sind! Das ist ja nur gerade, wo die Minions nicht passt! Ja, ich bin dabei! So, hier hab ich! Ich hab genug Geld für die dicken Minions! Ich hol jetzt einiges, Leute! Oh, Tower! Fuck, ich passt gar nicht! Nice, nice! Oh Gott! Dem ist nahe! Warum tust du das? Oh, schön! Oh! Danke, schoppt! Ja! Egal! Wie steh ich denn überhaupt nicht? Okay, Leute, ich hab 4 Minions! Ich ruf weiter! Ich hab doch ganz viel Cache! Ah, Cache ist doof, Lenny! Ich brauchst mich! So! Ach, ich kann mich abreden! Ja, ich vergesse das auch immer! Alter, ich gelang! Oh Gott, das kommt da alles! Oh, das wird der Name ist! 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 Schaff, die Grenze! Ich komm, wie die auf meine Killings fließen! Ah, ich wurde vielleicht durchfliegen! Aber ich nicht mehr! Von da durchgekillt! Oh, die Paladine haben mich erschossen! Oh, die Grenze! Komm, komm, komm! Die Paladine! Tanz für mich, Mädchen! Tanz für mich! Ja, ja, ja! Tanz für mich! Lalalala! Lauf, Lalu! Prima, Ballerina! Wie geht das? Ey, das sind auch so Punkte! Ja, das sind tausend Taken! Das beim Tower ist nicht drin! Oh! Leute, die sind bei uns in der Basis! Ja, ich bin dabei! Komm gleich jetzt wieder! Schaden mir grad zu auf! String für Schaden! Kranz ist doch fast da und dadurch! Ich übernehme! Er haut wieder ab! Er haut wieder ab! Er dem ist hier! Er grinst wieder hoch! Nein! Er grinst wieder hoch! Jawoll! Du hast zwei Energie, ey! Du brauch Dardosch das Dach! Den! Ich komm nicht ran! Kümmer mich hier um den Roboter! Ich wurde geblendet! Ich hab einfach mal den Charged! Er merkt es aber nicht! Wo ist X? Keine Ahnung! Hau mal aus, Alter! Das sind immer die Weichpfeile, ey! Hilf mir mal mit den Grabs! Dardosch hinter dir! Lass mal stehen! Ah, jetzt hab ich dich! Ja, macht aber nichts! What? Wow, das war ein schöner Grab! Tod, ja, hat's vergessen! Zack, da bin ich wieder weg! Ah, schade! Hahaha! Ich hab gleich Leppen runtergesprungen! Hattet sich wieder runter vielleicht! Hey, wie machst du das denn? Ich hab ne neue Waffe mit dem Kurs! Hey, wie hast du dir ne neue Waffe gekauft? Wo geht das? Ich musste auf B! Ganz unten rechts das! Da, wo der Kopf ist! Ach, lol, Alter! Sowas wusste ich noch gar nicht! Oh, da hab ich's gekriegt, der da! Was für Kopf? Äh, sieht aus wie ein Kopf bei uns auf jeden Fall! Ja, das verbessert deine Fähigkeit! Ja, das ist so! Da kriegen wir dann ein Katana! Ja, das klingt echt geil! What is the purpose of the Robots in Monday Night Chalice? Das ist feindlich ein Scheiß! Ja! Unsinnbarkeit ist enorm geil! Entschuldigung, den wollte ich nicht! Den wollte ich nicht! Nein, Krabs wollte ich nicht! Ich wollte dich nicht! Ich wollte dich nicht Krabs! Hast du Angst vor Krabs? Hey! Oh Gott! Macht scheiß für Scharen! Alles gut, alles gut, alles gut! Ja, aber ich halte überhaupt nichts aus! Wo seid ihr eigentlich hier? Wo wird man genau in der Basis genau geheilt? Wo denn sonst da? Wo denn sonst? Oh, schön! Ich glaube überall einfach, ja! Der Nephi geht ab! Nephi! You can do it! Oh, oh! Diese wilden Roboter! Was ist das denn hier? Ja, die spawnen hier random! Ach, das ist ein Jungle! Okay! Was ist denn? Ja, genau! Leute, die sind schon wieder bei uns in der Base! Mach wieder ran, ey! Sie machen Stress! Freunde! Leute, ich hab den Annihilator gefunden! Oh Gott! Hamster! Los geht's! Oh-ho! Hot Shots! Oh-ho! No! Airstrike in die Gegner Base, ey! Was macht das? Ja, ein Airstrike in die Gegner Base! Der kann fliegen! Oh, was ist denn geil! Der Bomber! Du Arsch! Mein Bomberman, ey! Kann das Ding voll auf mich zugeflohen! Richtig schön geschwissen! Keine Chance hier! Oh Scheiße! Ich werd einfach hier oben bleiben! Immer wieder rüberfliegen! Nein! Verdemis! Alter! Alter! Welches Level hast du da bei dem Kopf? Das ist Greg! Da hab ich Replicate damit! Ich glaub's ja! Leute, die sind alle bei uns in der Base! Wir müssen irgendwie mal gegenpischen! Verdemis hat mich grad instant wieder runtergeschmissen! Wow, war das knapp! War das knapp! Was denn war das? Super! Fast lang! Der war gut, der Move! Hallo, Mav! Guck mal nach oben! Hau ab! Du musst hier deine Dinger finden! Hallo, fliegt da rum! Hi Crabz! Crash fliegt in die Base! Ich flieg einfach mal die Gegner Base! Na, Tupi und Crabz, oder? Ne, das war der Tower! Ich weiß! Reicht mir schon! Kommt Crabz! Gelektro-Robot! Ach du kann ich gar nicht durchficken, ne? Wo ist denn die Cloudflare? Hauptsache! Der Resport dauert immer so lange, ne? Ja, ihr hört es schon! Ja, das dauert immer länger! Ja, ihr hört es schon! Okay, ich bin wieder oben, Leute! Ich bin bereit! Scheiße! Neue Shunt-Up mit dem Jet-Pack! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Da ist Horche dahinten! Kann ich den von hier treffen? Ja, probier es mal! Ja, mach mich! Ach schade! Hier Horche! Hier! Ja! 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 Komm schon! Oh! Was war das? Achso, du hast geklossen! Ja! Bullseye ist da! Da ist er bei mir! Jawoll! Aber wer steht da? Ach so, der Alu steht da! Hab nicht mehr viel! Ich muss leider fliehen! Ne, ne! Muss ich nicht! Schieß auf Bullseye und komm mit dem Juice ein! Wenn er welchen droppt! Ich hab Juice! Also ich verstehe nie so ganz, was man hier den... Aaaaah! ...machen muss! Was, was machen muss? Ich kann nur momentan nur kämpfen! Ich check nicht, was ich sonst losse machen muss! Die Minions pushen und die Tower Upgraden! Die Gegner Base rennen! Nein! Jetzt hat er mich! Ah, du hast das eingesammelt, glaube ich! Du rennst jetzt schneller, oder? Wir nehmen jetzt jedes Mal ab, als der letzte! Hehehehe! Wo ist los? Aber wir holen wieder auch mit dem Blauen! Aufsteher! Jemand hat da fiese Werkenfrau bei uns! Wissen, dass ich das nicht mitbekommen mache! Hehehehe! Eure Power sind auf jeden Fall schon mal weg! Schön hier in die Base rein! Ich kauf erstmal einen, ne? Der fährt erstmal einen Zeit! Oh oh! Der kann eh nicht! Ach, scheiße! Ja, ja! In der Base sind die Level 3 Türme! Ich kümmere mich ein bisschen um die Base, weil die haben hier viele Minions reingebracht! Hat einer 4.000 Tacken? Nö! Leider nein! Ich hab gleich 4.000! Was ist das? Was ist denn das? Irgendwelche schwachsten Viecher? Oh, das ist ein wilder Monster, ja! A wild monster appear! Yep! Ich hab mich einfach mal tot gemacht! Als es gäbs... Tot? Ja! Uhohoho! Aber wie ey! Fuck! Gott! Der Monty Shatter! Hey, Dardasch! Faggab! Ich hab grad nie leveled... Ich hab's gesehen! Faggab! Ich fette mich hier mit im Affen! Das fand ich lustig! Du darfst doch meinen Namen sagen!!! Ach! Dalu ist so fett! Ich werde nie mehr dauern. Nie mehr! Nicht Dalu! Ist das für 100 Kid? Doch! Alter ey! Du hast nie für K-S an! 14! 14 14 und da noch zwei Deaths der macht ihm auch von hinsen alles Platz voll ich bekomme die Kills immer nicht, ich mach zwar Schaden, aber ich krieg die Kills nicht weil irgendwer aber noch mit drauf schießt du kriegst noch nicht bei dir zu? ne, die will nicht Aaaaah, Schieeeee Hey, tschüss kein Bock drauf so, jetzt steh ich wieder auf meiner Posey ja, nicht mehr lange Aaaaah Alter, schlitzig jetzt hab ich erschrocken, wa? der Krabs hat mich geschlitzt Waffen? ja, okay tschüss fuck, 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 fuck Leute, wir müssen pushen wuhu oh Gott keine Chance die sind vor wie unter mir, ich krieg grad schon weg neii dann pack ihn dir, wer nehmt es mit E ich versuche es ja ach, schade komm da doch, komm her wieso überlebst du das eigentlich immer noch, ey ja, ich versteh nicht, wieso du immer noch viel mehr Leben als ich hast als mich? ah, da vielleicht doch Leben ist zählt'n der jetzt runter, wir sind doch gar nicht durch das hat ein Erzähl wegen was anderem runter Nihalighter ist da ja deswegen der Airstrike Airstrike, Sucke oh, der kämpft da oben an dem Ding dran ja, der ist smooth das Hülchen ist da oh, das ist super chicken, jetzt kommt Western Musik los, er hat das Huhn hier oben los, er hat das Huhn hier oben ja, ich check das Game nicht ich bin eher so für Helfenköten oh, der Druck ist so geil alter, hau ab oh, die Mucke so Kranz hilfst du mir? keine Chance Moment, kommen wir gleich ich krieg das Huhn alleine gar nicht tot wo bist du denn? ey, Kranz so arg was hab ich denn grad gemacht? gib der mir so'n Big Slam was? mach Renz was was denn das denn? mach den letzten Schlag auf das Huhnchen den letzten Schlag zählt den letzten Schlag zählt den letzten Schlag auf das Huhnchen machst du Last Hit, ja? alter, das Ding ist noch fast voll das Ding ist noch fast voll das Ding ist noch fast voll pass auf ey c ninja ninja das Hut will mich der wird kraft gehen wahrscheinlich das Huhnchen passt auf ja, das ist wie bei LOL wahrscheinlich so'n ja ja, da ist ein Megaboss dran hier, Alter ich komm nicht down es kommt näher ja, ich schieß schon die ganze Zeit drauf schieß doch oh nein, ich bin runtergefallen ey ach komm mal ich wollte nur mal ankündigen Leute 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 hallo, dass die blauen bei uns in der Base sind ne? ist doch egal ja, irgendwie stört sich da keiner dran sind wir doch gar nicht bei euch jetzt logisch nicht hallo nein, oh, wie hast du das denn noch geschafft Dadosch das Hühnchen ist mehr wert als ein bisschen Damage auf den Money Sang ja, stimmt schon bisschen Damage ich kriech die Dinger hier kaum tot ja, aber der Money Sang ist doch bei 100% von daher komm, das Hühnchen, das Hühnchen das Hühnchen ja, genau, richtig und dazu das Hühnchen mit einfach behalten ich pushe die Lang gegen wieder wir müssen die auch irgendwie mal ein bisschen zusammenarbeiten ansonsten bringen meine Hooks auch ein bisschen mehr ach, du wuchst auch, hä? achso, ja, ist so wir haben am Team hallo, Dream hallo, Dream hallo, Dream das geht ab hier, ey hallo, Dream hallo, Dream Leute, ich kann überhaupt nichts machen Stream Freak? was heißt das denn? keine Ahnung was sind das für krasse Viecher? ich hab keine Lust mehr auf Dado-Card auf Dadosch, meine lieben Menschen nächste Runde im Dadosch-Team bitte, danke ich über- ich übernehmen Dadosch, ich hab Endrange ich bin Endrange ja, ich hab ihn nochmal ja, ja du musst halt so voll 8-Bit, ey oh, wir halten dir aus, der Arsch oh Gott ich geh da mal hol den Dado-Card hab ich ey, ihr Säcke ihr könnt mich doch nicht mehr töten ey, wieviel Leute brauchen wir ne, alle wahrscheinlich den Schaden, wie du machst Schaden ich kann mein Dadosch ja, woll kann man den Schaden irgendwann nicht mehr upgraden Dado? ne, mein Film ist endlich auch was geht oh, wer dem ist guter ne, total schlecht der Schaden soo oh, dein Emi gerappt ich bin nochmal oh, den Herr du kannst den alleine töten Dadoch was kommen wir? keinem Chargen ranziehen dann E dann Q dann ist er tot Hattig so, Krabs ist auch down nachdem ich da zwei weggeerntet hab ja ach, da oben sieht man die Lanes und der Base und der Base pass auf Leute, ich hab noch 300 Tacken und dann haben wir das Ding hier ist Dado-Card ok ne, ich hab's vergessen ich brauch 4000 ist gegen noch 20 Tacken und dann, wo kann man denn den Dicken kaufen? in der Base in der Base fast down Leute ich will das Geld nicht verlieren ach, man verliert Geld, wenn man stirbt ja ja, ein bisschen maa V8 no way ich hab 4000, ne wo ist der? oh Gott rechts glaube ich links ist dabei dann direkt hast du ihn? rechts glaube ich auch noch mit 4000 ich hab schon noch ein bisschen warte, wir haben jetzt zwei 4000er gleichzeitig fuck it jetzt das ist vorbei das ist vorbei ok hinterrum auf den Affen was? der Affe ist raus ok, wir beschützen die ich beschütze den auf der rechten Lane ich bleib bei dem Affen rechts hier bei dem Monster oh Gott, jetzt 12 erst alter mal, ich fehl Damage oh, das ist der Große das ist der Große hast du den Großen gekauft, Horsi? ne ich kriegt er 50 Gold deswegen brauch ich ja noch Minions das Huhn ist in der Land das Huhn die Musik, ey ich hör's doch jetzt kauf mir eins, schnell äh, Grants, das hat glaub ich grad nicht funktioniert äh, Grants, das hat glaub ich grad nicht funktioniert boah, das schon ah ne, doch, das hat funktioniert großer Roboter in der Base großer Roboter in der Base ich schieß auf den Großen ich schieß auf den Großen ich schieß auf den Großen ja, ja, auf den voller ich gerade ja, ich auch ich hab mal an den Großen einfach oh Gott, stark ist der denn dann nehmen wir Affen dann nehmen wir weg von uns allen ne, ne, ja, wir haben ihn ich ballaum ihn drauf auf Grants lass Grants nicht entkommen er jumpt jetzt wieder weg aber ja, ich seh ihn noch hab ihn, hab ihn hab ihn ohhh oh no sehr schön ich seh grad gar nix aah Leute, in vier Sekunden kommt noch mal der Erste ne ne rauf mit dem Scheiß hier ab dich ne ne chicken devil warum braucht man denn jetzt so lange zum respawn Leute, es kommen jetzt noch Es kommen zwei große noch, ne? Ich verfolge gerade einen von denen. Wir haben überhaupt keine Bots mehr. Außer einen einzigen. Warte, ich bin ab 3 Kills und bin zu mal gestorben. Versuchen es uns laufen. Unser Ding ist unten. Naja, ich bin da dabei. Ich helfe uns jetzt auch noch. Wir gehen wieder, oder? Wir gehen wieder. Wir gehen wieder. Wir gehen wieder. Ich verfolge Mab aus der Luft hier. Hüttet Heuchy, Hüttet Heuchy. Nein, lasst Heuchy leben. Juice! Crabs! Kenefias, komm! Alter! Was ist der Name? Was ist der Name? Haha! Komm, fall runter! Ich fliege aber noch ein bisschen. Ich bin auch die menschliche Fackel! Ich brenne! Wie machst denn du das? Wie machst du denn den Nahkampf eigentlich? Doppelkill? Ja, was wollen sie, ey? Ruts all! Na, du hast so ne starke Klasse. Ist das nicht ne Supporter, was der hat? Nee, ich bin der Soldier. Und ich hol Mab auch noch ein Triplekill. Komm, Mab! Ruhl dir Mab! Komm, drücken wir Mab! Das Problem bei uns ist, dass wir keinen Supporter haben. Wir haben die falsche Wische. Auch keinen Supporter! In der Base, du Sack! Ich kümmere mich wieder um den Fatman in der Base. Ja, ich auch. Fat in der Base. Fat in der Base. Na, du kriegst du den heut, was du packen? Wer dem ist, muss in die Base, der kann das machen. Ja, ich bin tot. Ja, du kannst gut verteidigen. Das kann jeder machen. Leute, die sind bei uns in der Base! Verteidig unsere Basis! Der Dicke ist down hier auf jeden Fall. Oh Gott, das ist knapp. Ich leb fast wieder. Alter, wie ich da überhaupt nichts gegen machen kann! Bin ich down. Das war Crab. Das war Crab. Der Zweite ist auch down. Hier, ich renne! Ja, toll. Der Große macht mich fertig alleine schon. Ja, ja, der Große macht euch jetzt nass! Ey! Du Sack! Gibt's doch nicht! So, der Große ist down. Gebt wohl! Du meinst die Dicke kann ich platt machen, oder was? Ja, du kannst den mit E packen und danach nochmal mit Q. Dann ist der 2. Der hat mich grad erst mal ins Loch geschmissen. Wie mach ich denn nachkampf mit der Ballerina? Oh, fuck! Gar nicht, oder? Also, wer dem ist, hat mich vorhin im Nachkampf gesagt gemacht. Wer dem ist, hat mich die Ballerina gemacht. Wer war das denn hier? Leute, unser Mann, Alter! Ja, ich weiß! Ich balle auch auf deren schon drauf, der ist halb tot! Der Typ ist tot, ich bin da! Ah, scheiße, Alter! Ja, die sind jetzt auch alle hier, ne? Ich kann irgendwie nicht mehr schießen, warum das denn? Ich kann nicht schießen! Was ist los? Kann nicht schießen! Da ist der Dicke wieder! Leute, wie sieht's bei uns in der Base aus? Ganz richtig! Nicht gut, nicht gut! Unsere Ruhe, danke der Nachfrage! Wie lange könnt ihr's noch halten? Ja, geht noch alles gut, alles gut! Ich mach die 2. Ich verschüsse aber, ist die Dado? Ah, da ist er, da ist wieder! Ich versuch! Rantz kommt, Rantz kommt! Vergesst es, Dado! Vielleicht hat er noch nix mehr gehabt! Oh! 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 Seif die Minions, seif die Minions! Rantz, mach das! Oh, ein großer Improföser! Groß seiner Base! Groß seiner Base! Oh Gott! Das ist ja groß! Vielleicht kann ich ihn da anhalten! Andere Base! Rantz ist noch hier! Rantz ist hier! Leute, erst mal die Helden töten! Attacke! Was für Helden? Das ist doch kein Helden! Ich stirb noch einfach! Ich stirb, bist du groß! Ja, Dado, was machst du gerade? Äh, warten bis ich neues Borde? Achso! Ich hab noch mal gedemptet! Wir sind gleich am Arsch! Ich bin auch in der Base, also jeden Base hat weniger AP als unsere! Ja, aber unsere ist auch gleich im Arsch! Ja, aber ich... Wenn wir nicht angreifen, verteidigen wir ewig! Komm her! Du füllst auf! Auf! So, Leute! Ich mach das jetzt! Was ist los, Talos? So, Leute! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich mach kein Schaber! Wo sieht man denn die Helden aus? Ich bin dran, Leute! Ich bin dran! 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 Wie hat er das denn jetzt gemacht? Wieso kann der fliegen? Ich bin dran! Puh! Das war echt knapp! War das jetzt zu knapp? Das war knapp schon! Ja, ja, ja! Ich hatte das Gefühl, wir haben voll in die Fresse gekriegt! Ne, ne! Warte auch fast durch! Also, von den Kills her waren wir sogar besser! Ne, aus dem Star-Druckert halt! Ah! Ich hab immer noch Bogen gekriegt! Ich hab immer noch Bogen gekriegt! Ah! Ich nicht! Krass, ja! Ja! Aber der Dicke ist nicht meine Klasse! Aber der Assassin ist meine Klasse! Meiner auch nicht! Wasser in Mage! Wir sehen uns am nächsten Mal wieder! Macht Rit, Leute! Tschüss! Bis dann!